So, meine Damen und Herren, das Game nach dem Disaster. Der erste Loose. Aber hat sich krass angefehlt. Also die Bordstärke insgesamt war... Ja, die Runde war insane. Also das war sehr wild. Aber ich muss sagen, Porzellan mit Super Titans ist zu slow. Jeder Fight geht in die Overtime. Da muss man sich ein bisschen mehr bereit sein, auf die Fresse zu holen, glaube ich. Das wäre der Weg. Oder den Kokainbären spielen. Oh, vielleicht hättest du mir Wodi teilschicken müssen. Oh, um damit Porzellan... Ja, vielleicht. Ja, vielleicht wäre das der Play gewesen. Und dann gewinne ich einfach so fast, dass ich es in Time rüber schaffe. Hätte ich krass gefunden. Ich glaube, das wäre wirklich das Play gewesen. Vielleicht sogar. Ja, ich habe es die ganze Zeit gar nicht so richtig gesehen. Aber ich hatte halt den Wukong 1. Wenn wir das früher gemacht hätten, als wir noch schicken konnten beide. Ja. Ja. Das ist halt die Frage, was ich dir dann dafür hätte schicken können. Aber das hätten wir dann rausgefunden. So, was hast du denn? Ah, Ghostly. Arcanist oder Ghostly, ja. Ich habe irgendwie heute nur Storyweaver Starts, ne? Das ist echt krass. Aber I don't complain that much. So, Zinsgold nehmen wir mit, wahr? AP. Wenn ein Siever oder ein Garen siehst. Ich habe ein Shen für dich, wenn du Ghostly willst. Ja, den würde ich schon nehmen. Das glaube ich. Ich bin ja ein sehr, sehr guter Ghostly Start. Das sieht sehr illegal aus, ja. Was wolltest du? Ähm, Siever oder Garen? Ja, ja. Reicht wahrscheinlich dann schon. Ich habe natürlich nicht aufgepasst, ne? Auf Exalted. Ha! Altruist Crown. Oh, ich könnte Trash to Treasure Duelist spielen. Ich finde das sehr, sehr strong. Ja. Ja, komm. Würde noch die Late of Duelist wechseln. Ja, ich hätte ne Kiana. Ja. So. Einer geht Senna oder Senna 2 schon. Holy shit. Ja. Müssen wir ihn lassen. Hallo. Lol. Ich dachte, ich dachte, die geht. Ach, egal. Ich habe gar nicht verstanden, wer da wäre es. Ich dachte, das war ein Saver Loser, aber waren alle tot. Wir haben übrigens den Arttok zu dich gehalten. Aber du hast den jetzt, ne? Ja, ich habe den jetzt, ich bin auch reingelevelt. Junge, was geht denn ab? Super Stone Plate. Ja. Ja, 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 ja. Da gehen wir rein. Du bist da so strong. Ich muss gerade noch einmal gucken. Ich glaube, Trash to Treasure hätten wir dann mal einen BT. Ich würde jetzt ein bisschen winstreaken, hoffentlich. Außer die Senna 2 boxt mich, aber da gucken wir dann. Ja. Oh mein Gott, der hat auch Trash to Treasure. Ein Disaster. Das ist ja gar nicht gut für mich. Können es zwei Leute spielen, ohne dass es shit ist? Ich befürchte nicht. Artefaktor mit Duelist oder was? Soll das werden? Ja, ja, ja. Das ist eigentlich der Standard-Play quasi. Mhm. Das ist auch ziemlich krass, weil du über Trickster-Glass, die haben ja weniger HP und mehr Mana-Kosten, aber das Duel ist völlig egal und die profitieren trotzdem von Trade, obwohl du denen keine Items geben darfst. Ah, ja, das ist insane. Und das ist dann auch schon alles, was die kommt braucht. Okay, ich habe den Senna 2-Fritzen, aber leider ist den sein Kumpel auch not bad. Bin auch da. Jetzt sind hier irgendwie alle Units der Welt versammelt. Also, super Stone-Plate, ne? Ja. Ja, ja, die ist es der Ende. Ist ja so dumm. Das ist komplett fast mit dem Early. Look at her. Ist einfach alles egal. Ja, dieses 2% Heal von Health, jede Sekunde ist halt auch so krank. Sorry, mit Irelia, Kay, oder alles, was die Texte gibt als Aten, habe ich gestern gegen mich gehabt. Also, mit Trash-to-Treasure. Ah, muss da schon ein bisschen Glück haben, I guess. Ob das denn sick ist. Hast du was? Nö, ich habe ja Pandoras. Kannst dir aussuchen. Ich würde halt sonst einfach Leben nehmen. Ja, ich brauche nämlich auch kein Item. Weil ich ja alles reforge, basically. Ah, ja, true. Das Spiel zwingt mich, die Elois mitzunehmen. So, und jetzt können wir das reforgen. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Das. Oh mein Gott, das ist auch noch unique. Das heißt, ich brauche auch noch lange, das loszuwerden. Alter. Naja. Wenn es einfach wäre, wäre es ja boring. Das ist wohl wahr. Wie funktioniert es mit dem Reforger? Du kannst es nicht immer benutzen, ne? Nee, du kannst quasi immer, wenn du ein komplettes Item hast, kannst du den Reforger drausschmeißen und dann kriegst du ein Item. Das heißt, die Ungewollten musst du halt immer mit einem Completed Item zusammen reforgen. Ah, I see. Sonst würde ich den verlieren. Verstanden. Was die übelste Noob-Trap ist, by the way. Ja, ja, deswegen. Ich habe das noch nicht so viel gespielt. Das steht auch nirgendwo, oder? Nö, ich habe bloß auch beim ersten Mal auch alles gebrochen bei dem Versuch. Ich würde dir eine Ilaoi schicken, ne? Oder gibt es... Wie viele Free Rolls kriegen wir? Ich habe das gar nicht... Ja. Aber nur für die Runde, no? Ja, aber... Nö, nee, ich glaube, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe da einen Verdacht. Okay, ich schicke den Ilaoi 2. Enjoy. Okay, das sind 10. Ich weiß nicht warum. Nur für diese Runde. Until Use. Ja, toll. Die Leute sind sich nicht einig. Until Use. Ja, dann habe ich es natürlich kolossal getrollt. Aber ich habe den Ilaoi 2 besorgt. Also, I guess it's fine. Ja, das war natürlich dann nicht so gut. Naja. ... ... ... Was ist das denn? Hast du auch ein Masterwork-Upgrade? Ne, ich habe ein Artefakt-Item, anvil. Das ist ja gar nicht gut für mich. Ich baue ja gar keine normalen Items. Junge, Junge, Junge. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, es ist eine gute. Wait, übernimmt der TFT-Tracker jetzt die Double-Up-Runden und rafft nicht, dass man Double-Up spielt? Jo. Ich sehe das gerade erst. Ich habe den noch an. Ja, der ist leider Tor belast. Der macht ja gar keinen Sinn, weil da steht ja teilweise dann Erster, Dritter, Dritter, Vierter, Sechster. Ja. Ja, okay. Da gewinnt man sich dran, wie useless der ist. Wait, Fine Vintage jetzt auch noch zu nehmen ist schon Tor betreu. Was kann ich dir eigentlich sammeln noch? Vuli und Tostana. Oder du hinstest Randomly. Natürlich auch das, aber... Junge. Ja, ich bin geisteskrank stark. Holy Shit. Ja, ich bin auch für Windstreak jetzt. Fuck it. Der TXT kommt für Beginner? Boah. Was ist denn aktuell, die Beginner kommen? Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Mythic, I guess, ne? Aber wobei... Auch nicht so easy. Heavenly Reroll, maybe? Fade, das ist in der Streetcore Street, die ist schon sehr komplex. Mit den Binden und so. Hm. What is this? Completed Items. Boah, ist das... Irgendwie bin ich gerade voll überfordert. Ich weiß aber nicht, warum. Ich kann dir sagen, warum ich überfordert bin. Weil da alles shit ist. Äh... Ja. Oh mein Gott, ja, ich habe eine Morgana im Roll. Ich habe die nicht mitgenommen, weil ich dachte... Oh Gott, ja. Oh. Boah, ich... Irgendwie ist gerade... Ich bin gerade so afk. Holy Shit. Ja, also ich würde ja... Ich habe eine Morgana im Roll, könnt sie mitnehmen. Aber ich habe auch schon zwei Lawys. Ja, ja, ne, ne, ne. Schick mir mal deine Eloy. Ja, ja, ne, ne, ne. Schick mir mal deine Eloy. Dann... Okay. Kann ich... Also ich kann gerade noch nicht schicken, aber ich glaube... Nicht, dass ich noch eine dritte finde. Ja, guck mal meine Items an. Das ist ja random, was ich kriege. Und ich will Fortress die ganze Zeit. Boah, ich werde echt überlegen, ob ich gleich Dings gehe, ne? Kaiser noch. Also die Senna ist so gottlos contested. Der hat fast Senna 3. Ja, du kannst ja easy Level 8 gehen. Guck mal, wie strong wir sind. Ja, ja, deswegen... Ich habe gerade eh ein bisschen gerollt. Ich habe halt alles auf 2 gehittet, aber... Okay, kurz wieder fokussen und hier irgendwie... Ich glaube, die Runde ist schon gewonnen, Tempo. Ich glaube, du kannst chillen. Ja, 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 ja. Okay, hast recht. Es ist einfach... Du wirst einfach die Lauitai... Mit... Auf Level 8 mit Kaiser rollen. Nun gut. Guck mal auf meinem Board. Hättest du Bock das zu auto-attacken? Ja, okay. Got it. Es ist ja so dumm. Wait, sind die Cooldowns intern oder extern bei Eternal Winter? Boah, actually keine Ahnung. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal reforchen. Ich bin natürlich crazy. Trotzdem. Willst du die Morgana haben? Ich kann sie verteidigen. Nice, das ist huge. Cool. Was mache ich hier? Das ist völlig irrelevant für mich. Alter. Bisschen Clowny gerade irgendwie. Es ist... Okay. Ich kann dir schicken. Eine Dummy, Component Anvil oder Thief Gloves. Component Anvil. Da gehen wir rein. So. Ich habe zwei Tristanas. Ich kann die gleich erst schicken. Ich habe hier gerade geschickt. Ich glaube ich. Jo. Auch mal verkaufen jetzt die Morgana. Digga. Mann. Ja, Leute, hier passieren Dinge. ich kann euch das auch nicht ganz erklären. Aber ich sage mal, mein Sidus ist heute Morgen aufgestanden und hat sich entschlossen, dass Gewalt in der Mitte der Wahl ist. Oh, oh. Ja, okay, ich bin so stark, wow. Hilfe. Ja, ob ich so stark bin, weiß ich jetzt auch nicht, Johnny. Ich weiß auch nicht, ich habe ja direkt gegen zwei gespawnt, ich kann es mir auch nicht erklären. Aber wer hat denn hier, also spielt es hier, wäre ja Open Fort oder habe ich so das Fristbrett bekommen? Das ist eine gute Frage, wer hat denn so schnell verloren? Ah, der Fortune-Player. Das war richtig, ey. Ich bin so, oh, der Fight könnte das erstmal ein bisschen enger werden, auf einmal ist da oben links schon so ein Kreis. Ich kann nicht geben, Thiesclaw, ein Training-Dummy, ein Component-Anvil oder drei Two-Cost-Champions. I guess Component-Anvil. Oh. Ja, ich habe die ganze Zeit ein Masterwork-Upgrade für ein Radiant-Item, aber ich habe kein Item. Das ist, hm. Schwierig. Äh. Haben wir verloren, Tim? Warum? Weiß nicht, wie stark ist Fortune-7? Äh. Äh, Radiant-PT ist später der Play, aber. Das müsste ja schon ganz schön stark sein, ne? Gain extra Rewards and more luck every turn no matter what and hold a festival every turn. Das klingt... Ich bleib mal auf dem Board. Ich will mal gucken, was passiert gleich. Ich weiß nicht, ob du das wirklich willst. Doch, doch. Ich glaube, ich will's gehen. Ich will's sehen. Junge, Juli. Kannst du... Maybe einfach sterben, na fuck? Please stop. Alter. So, wer war das? Äh, nee, nee. Okay, sie kriegt halt nen Loot und verschwindet. Kannst du bitte auf dein scheiß Board gehen und das einsammeln? Kannst du jetzt da hingehen? Ja, FF. Ja, FF. Ey, hat die... Das waren jetzt gerade irgendwie 20 Gold oder so. Ja. Und jetzt würfelt sie noch. Ja, sie würfelt halt jetzt immer ner 1, ne? Estimated Value 52 Gold! Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. War wenigstens close. Kriegt sie das jetzt sofort wieder oder nach nem Player Combat? Warte mal. Okay, nach nem Player Combat. Du tust so, als wär das jetzt dann kein Problem. Äh, weiß ich noch nicht. Ich seh da ne Menge Probleme. Hm, ich auch tatsächlich. Naja. Ja. Ja, das Ding ist durch, ne? Also... Wir spielen für Second, ne? Aber das heißt, wir müssen auch früher rollen. Außer sie ist scheiße. Also im Ende... Oder eher. Ja, wie gesagt. Es muss scheiße sein. Also überleg dir das mal. Also der muss sich jetzt beide Hände brechen. Ja, ja. Also jede Runde 50 Gold kriegen und dann noch sogar mehr, weil das wird jetzt anscheinend immer noch besser. Ja. Egal. Ich hau ihm, äh, kurz aufs Maul. Oh, da kommt wer. Scheiße. Ah, du kommst auch. Ja, ich bin unterwegs. Ja, da ist ein, äh, Kokain-Volibeer. Das ist okay. Achso, ne, nicht der schon wieder. Und den hab ich gar keinen Bock. Ah. Der kann sich nicht haien, wenn ich im Sonjas bin. Haha. Mhm. Outplayed. Ich könnte du List 8 gehen. Ah, haben wir trotzdem keine Chance, oder? Wirig, I guess. I have a Lee Sin. Ja, den würde ich gerne nehmen. Machen wir. Der gute alte... ...Dualist Tankhand. Oh, ist der Fortunat, ne? WTF? Was hat der da gerade bekommen? Der hat alle Traits. Der hat alle Traits. Hörn? Der hat auch noch nen Mystery-Egg. Der übertrifft komplett. Was hat der da? Was ist das? Ja, das ist ein, das ist ein sehr hoher Fortune-Cashout, dass jeder Trade einfach erfüllt wird. Der hat einfach alle Traits. Ich sag's so, wie's ist, ne? Das ist Beyond Exodia, what the... Wenn der Fortune, der hittet dadurch vielleicht Fortune 9. Fortune 9 ist ein Easter Egg. Dann kackt der Baum nonstop Gold. Ja. Was? Ich würde gerne sagen, dass ich lüge, aber es ist leider true. Es ist einfach die Wahrheit. Das ist nicht immer ein Release. Alter. Wenn dein Fortune-Emblem ist, nimmt es bitte nicht. Ne, ne, ich würde das auch dann sehen. Wenn, dann gebe ich ihm ganz den ersten. Wir haben ja gut HP-Vorteil. Das heißt, wir machen wenigstens so wie heute die ganze Zeit dann einen zweiten. Naja, also ich kann den jetzt schon nicht mehr besiegen, obwohl ich... Ja, ich mein, es gibt natürlich die Chance, dass wir seinen Maid einfach so tief in den Boden rammen. Alter, der hat Pandora's Items und ein Duelist-Emblem, ne? Es kann wirklich sein, dass wenn er sein Pandora's Items da auf Dings rollt, der gleich 9er Fortune hat. Ja. Ist das krank. Ich sehe schon eine YouTube-Titel. Fortune 9, aber nicht von mir. Ja, und das Golden Egg kommt ja auch noch. Da kann ja auch noch alles drin sein. Also der wird ja alle Legendary Streetstars nicht skippt, ne? Also... Denn was ich eigentlich sagen will, ist, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ja. Weiß, sag mal. Ist klar, ist klar. Der wird... ...zu kleineren und größeren Problemen führen. Wir haben Lee Sin 2. Okay, Lee Sin 3 wird kommen. Soll ich ihn mitnehmen? Ja. Ich hab Radiant BT, Death Dance und Trinity Force auf dem. Also wenn Lee Sin... Ja, ja, da gehen wir rein. Was? Ich werd auch erst auf Level 8 rollen, weil ich ja eh Duolis sacht spielen will. Also who knows? Das Tauna Jump! Oh, das Arsch. Ja. Klar. Nice. Okay. Lee Sin 3-Style, Leute. Ja. Vor allem... ...die anderen haben so... ...also nicht so schlechte Sachen. Aber die sind halt einfach nicht Jesus Christus, ne? Der hat sofort schon 5 und denkt sich so, ach, eigentlich ein ganz cooles Game. Mal gucken, was der Rest hat. Exodia. Ah, ich bin contested komplett, ne? Der spielt Duelist 6. Das ist natürlich ärgerlich. Ich find auch leider keine Elois mehr. Ja. Da muss ich jetzt leider sagen, hab ich dir auch schon 6 geschickt. Ja, 5. Eine war von dir selbst. Das ist richtig. Ja, die arme Sau verliert hier einfach mit seiner Ghostly, als wär er... ...komplett Schmutz. So. Das hast du von meinem Kopf zu contesten, du Arsch. Weg mit dir. Ja. Er hat zwei Duelisten-Embleme, die er jetzt reforged. What the fuck? Ach so, den sein Kumpel contestet mich. Ja, dann ist natürlich aber auch Duelisten 3 wahrscheinlich gar nicht möglich, ne? Ja, der hat ja erst noch... Ah ne, der hat zwei Duelisten. Hm. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht deutlich weniger in nächster Zeit, vermute ich jetzt. Ich mein, ich könnte... ...dem Marder zocken. Ja. Ja. Ähm. Was kann ich dir denn schicken? Das ist ne gute Frage. Ein Udia, I guess? Mhm. Ja, den sein Kumpel besiege ich auch nicht mehr. Aber du hättest fast ihn besiegt, ne? Wie bitte? Du hättest ja sogar fast ihn gerade besiegt. Mhm. Der hat zwei Tactician Crowns gekriegt. Der hat den Golden Tree. Er hat den Golden Tree. Er ist 9er Fortune. Und, kackt er schon? Ah. Jo. Er perma kackt. Ja, perma kackt ist auch so ein schöner Bekaffter. Ja, vor allem das ist ne Unit oder was jetzt? Da chillt jetzt ne Unit mit 5000 Leben oder wie? Ach, der feintet auch. Ja, Chai, das ist so ein Baum. Das ist ein Baum im Feld. Die Ents ziehen in den Krieg. Achso, ich konnte dir was schicken, sorry. Ich hab dir jetzt zwei Komponents geschickt noch auf, schnell. Ja, das ist gar nicht so bad. Er wirft einfach mit Geld in der Runde. What? Aber tut das Gold weh? Ja, der wirft mit Geld und macht Damage. Ja, ich bin mir ja recht sicher, dass ich das nicht fair finde. Ja ne, das sieht broken aus. Ich bin ja auch recht sicher. Ja. Ja. Nimm erst mal den hier irgendwie. Im Austausch hab ich dir nen Remover gegeben. Ah, das ist... Hab ich gern gemacht. Oh, das funktioniert. Danke, danke. Oh, ein U dir wolltest du, ne? Jo. Dann ist heute dein Glückstag. Ja, das ist klasse. Ja, damit gewinnen wir jetzt bestimmt gegen den Baum. Ja. Ja. Ich seh da auch gar kein Problem. Mein Gott. Der hat einfach 5 Milliarden. Was ist das? Also das ist ja das Krankeste, was ich je gesehen hab. Jo. Der weiß gar nicht mehr wohin mit Items. Ja, ich befürchte, der ist maxed out, ne? Das Geist ist krank. Aber wir werden heute wirklich damit gecursed, dass wir nur nen zweiten hätten. Egal, was wir machen. Ihr habt das Gefühl, ich hab ne Comp hier gebaut, Junge. Geil. I can't lose. Und dann kommt er um die Ecke. Und beweist mir das Gegenteil. Aber auf die unsympathische Art und Weise. Ja. Ich schnetze dein ganzes Gehirn wegweise. Jo. Wie groß er auch einfach ist. Ja. Ja, der kann die Sachen schon gar nicht mehr aufsammeln, die er kriegt. Ja, ich hab richtig Mitleid mit ihm, der Arme. Er ist nur noch am Roll. Er ist überfordert mit den Sachen, die er kriegt. Er ist krank, Digga. So. Ja, ich hab die Lau E3. Das Ding ist durch, Jungs. Unlosable at this point. We can't lose. Was? Ähm. Ja. Das Ding sein Kumpel nämlich auch noch in Duelist contestet, ist schon echt auch ne Sache. Ich würde ja gerne sehen, ob sein Baum im Damage aufgezählt wird. Aber ich spiel gar nicht gegen ihn. Zum Erfragen, ob er Screenshare hat. Aber ich spiel gar nicht gegen ihn. Ja. Du kannst ja sehen, wenn ich gegen ihn spielen würde. Kann ja auch klappen. Ja. Also wir werden noch viele Runden gegen ihn spielen. Ja. Ja. Also wir surrendern jetzt nicht, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Wir geben ihm jetzt den ultimativen... Das ist... Ich muss hier gleich auch noch ein TikTok-Video anmoderieren. Das mach ich in 6.1, glaub ich. Wirklich. Wir geben ihm jetzt den ultimativen Stuff. Also, honestly, das, was der von uns hier kriegt, das hat er ja noch nie gesehen. Das wird ja... Das hat, glaub ich, auch noch nie jemand gesehen. Ich mein, wer überlebt so lange gegen so nen Scheiß? Ja. Ja. Überleg ich überhaupt, was ich baue und was nicht? Es ist ab jetzt doch sowieso egal. Hat er Lissandra 3? Oh ja, er hat Lissandra 3. Und Asia 3. Ich glaube... Jo, geil. Ich spiel gegen ihn. Ich... Ich kann's sehen. Ich kann's sehen. Oh ja, Sideward. Er ist mit Damage angezeigt. Ah, Alter! Deine 5er units kommt nicht mehr zum Ult. 13.500 Damage. Ist das geil. Ja. Da mach ich mich schon mal ready. Das wird ein gutes TikTok-Video. Ich hab auch so viele... Mein einziges Teases-Card, möglichst viele Sonjas zu bauen. Damit ich lange überlebe. Ich verkauf... Ich verkauf mein U dir. Der soll alles auf 3 hätten. Wo sind wir denn mittlerweile? Ja. Der soll alles auf 3 haben. Das wär geil. Er kann nichts mehr aufnehmen. Das ist völlig da... Oh ja... Oh ja... Oh ja... Meine Damen und Herren, es gibt ein Easter Egg im neuen Set. Nämlich Fortune 9. Wenn man Fortune 9 hätte, passiert eine ganz besondere Sache. Man spawnt einen Baum. Dieser Baum hat... Keine Ahnung... 50.000 HP. Und drückt die ganze Zeit Gold und bewirft einen auch mit Goldmünzen. Diese Goldmünzen machen mit Abstand die meisten Schaden. Und sorgen dafür, dass du jede Runde so viele Items kriegst, dass er literally mehr Sachen hier hat, als er aufsammeln kann. Wir spielen eine Double Up. Das heißt, wir hatten so viel HP, dass er tatsächlich auch die Gelegenheit hatte, sehr viel aufzusammeln. Und er jetzt das Hauptproblem hat... Er kann nicht mehr drüber laufen. War alles Volles. Er hat Lysandras Restar. Dahinten seh ich noch einen Azias Restar, glaub ich. Ja, da ist er. Auf der Bank tummelt sich auch alles. Es ist die krasseste Sache, die man in diesem Set hitten kann. Außerdem hat er einen Cashout, wodurch jeder Trade einfach erfüllt ist. Das heißt, es leuchtet hier einfacher als wäre Silvester. Ja, und wir sterben. Aber haben Spaß dabei. Guck dir mal die ganzen Soldiers an, die an der Seite stehen. Die seh ich jetzt erst. Der Junge hat einfach so ein Board. What the fuck? Da ist so ein Baum in der Mitte und 500 Soldiers an der Seite. Alter. Ja, das ist Azias 3. Die Soldaten kommen von der Seite und One-Shot 9, I guess. Ich glaub, wir kriegen ja irgendwie einen Blue-Screen gleich bei dem Game. Aber das Ding ist, ich überleb echt recht lange wegen meinen ganzen Sonias. Hm. Ist ein Ding. Also, ich bin, glaub ich, der beste Partner, den er sich wünschen konnte dafür. Guck mal, dieser Ring, der da liegt. Die sind das Ding am Eintips. Das ist ja so over. Oh. Vor allem, der ist am Permarolen. Aber jetzt wird der halt AP und checkt, ne? So. Ich würd gern wissen, wie viel Gold der gerade hat. How much gold do you have? Ist aber gegen mich, ne? Da kommt das erste Sonias. Ah, der kehrt durch Sonias. Ja, ja, natürlich. 3-Cost-Wukong. I didn't know. Was ist Sonias zu einem Gott? So, wie viele 3-Stars hittet er noch? Ja, letzte Runde jetzt für ihn. Es gibt keine... What? Oh mein Gott. Er hat alle Legendaries. Es gibt keinen Ghost mehr. Das hab ich noch nie gesehen. Was? Wenn man alle Legendaries rausgekauft hat, sind keine mehr im Karussell. Das... What? What? Wait, hab ich den Legendary? Nein. Hab ich nicht. Ich hab einen nicht, Celsi. Also hier noch Irelia's. Also hier... Irelia's sind noch drin. In der Theorie hätte es noch welche geben müssen, aber... Das war dann nicht mehr so. Er kriegt sich hin, ne? Er kriegt sich hin. Also das sind 6 Udias. Aber das ist das Endergebnis. Also... Er hat mit Fortune 9 leider nur... Wukong 3, Lysandra 3, Asia 3. Er hatte... I don't know. 100 Udias? Ist das... Ist das... Das hab ich noch nie gesehen. Fortune 9, Leute. Ah! In den Golddingern, die er nicht aufheben kann, könnten die Units auch sein. Oh mein Gott! Deswegen kann er sie nicht 3-starten. Er hat so viel Loot, dass der Loot ihn tatsächlich backstabbt. Alter, ist das krank. Er hatte die ganzen Legendary Starlinge. Er hätte alles so 3-starten können. Aber wir haben alles gegeben. Crazy. Das ist wirklich... Boah. Ich glaub, das war die schönste TFT-Runde, die ich in meinem Leben sehen durfte. Also... Vor allem, dass wir auch einfach 80 AP hatten, die die langsam aber sicher wegmelden durften, ne? Ja. Er konnte doch richtig schön genüsslich reinrollen. Es ist ja so wild. Boah, das hat mir super viel Spaß gemacht. Auch... Ich bin noch nie so... Mit so viel Lächeln Zweiter geworden. Ja, das ist echt true. Es ist ja... Es ist auch... Also, was ist das? Ja, aber... Also, ich glaub, in Solo-Queue wirst du es niemals hitten. Ich glaub auch nicht. Also, ich kann's mir nicht vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit geht echt gegen 0. Ja. Also... Und auch in Double-Up, das zu hitten, ist schwer. Aber... Ja. Also, mega geil, dass das gelintet hat. Die Runde kommt auch auf den Zweitkanal als Super-Banger. Jo, ehrlich. Also, das war, glaub ich, mit die schönste Runde TFT, die ich jemals erlebt hab. Aber dass er nicht alles 3-Start hat, hat mich jetzt am Ende schon traurig gemacht, ne? Ja, das stimmt. Also, da geht er nur mit drei Legendary 3-Stars raus, aber der Grund ist halt so witzig, ne? Du hast halt wirklich... Er konnte diese Dinger nicht mehr einsammeln und da waren wahrscheinlich die Units drin, die er sonst gebraucht hätte. Und deswegen konnte er die nicht mehr rollen. Aber es ist so... Das Einzige, was übrig geblieben ist, war Irenia. Aber dass kein Irenia im Karussell war dann, war auch weird, ne? Ja, ja, das stimmt. Aber dass einfach nichts mehr im Karussell ist, ist halt absolut crazy. Ich hätte noch gerne gewusst, wie viel Gold er hatte, er hat leider nicht geantwortet. Ja, er war leider im Mute, äh, sonst... Also, ich hätte da einige Fragen gehabt. Ja, war aber ne übelgeile Runde. Äh, ne? Auf dem Drittkanal gibt's ein Projekt mit Anlocking, wo wir die ganze Zeit Double Up spielen. Easy. Wow!